hallo und willkommen zu einem neuen video das was ihr gleich sehen werdet ist ein bisschen älter es ist genau vom anfang des jahres und zwar waren wir in österreich wir standen alle drei das erste mal auf skiern haben uns ein skilehrer geschnappt und sind mal ein bisschen rumgefahren das was zum schluss dann noch zu sehen ist ein feuerwerk ich weiß nicht genau wie es genau heißt ist das miming gehört das dazu auf jeden fall ist eigentlich ein kleiner kreis aber dafür ein mega großes feuerwerk und ja viel spaß beim anschauen super hallo miete kacke schieffort fang jetzt da hoch zumindest ich alleine dann gleich da wieder runter frau ist seitdem auf dem idioten hügel ich habe mir die skier von ifi ausgeliehen ja super Boah, ich rückwärts. Super. Boah, guck mal. Guck mal, wie super. Boah. Boah, guck mal. Da müssen wir runter. Da müssen wir runter. Kinderruhen. Ich werde beobachtet, wenn ich hier mit einer Katze hocke. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Ich werde mit einer Katze hoffen, dass ich hier mit einer Katze hoffen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt unten auf den Like Button und ein Abo nicht vergessen. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Ciao!